Was? Nein, nein, ich erklär's euch, okay? Drift ist zu sicher. Nein. Es macht einfach keinen Spaß, Mann. Ist halt so. Sagt wer? Du? Komm schon, Amy. Hilf mir mal. Ah, ich liebe es und ich hasse es. Es stört mich, wenn der Motor in den Begrenzer geht. Aber, aber, ich find es scharf, wenn ich ihn richtig in der Kurve hab. Ja, ja. Okay, ich hau ab hier. Kommst du mit? Ja, okay. Peace. Bis später. Setz dich, Mann. Er hasst das Driften aus einem Grund. Er kann's nicht. Oh. Man braucht eine gewisse Eleganz. Man hält den Slide nur mit Präzision. Man gleitet um den Scheitelpunkt. Habe ich recht, oder was? Wie immer. Also, es ist wie mit Äpfeln und Birnen. Ah. Weißt du, unsere Robin hier. Sie hat klasse. Ganz ruhige Hand. Spike? Reist an der Handbremse wie ein Teenager, der aus der Fahrschule kommt. Ach komm, er fährt ganz okay, Manu. Sein alter Herr hat halt ordentlich was auf der Tasche. Das ist alles. Gut. Wir haben genug gequatscht. Ich hau ab. Und seit wann ist das ein Problem? Nun, es ist ein Problem, wenn wir hier labern und nicht draußen sind und fahren, Manu. Hör zu. Ich plan da so eine Sache. Noch nichts Konkretes, aber... Nach zu viel Zen brauchst du vielleicht etwas lautes Chaos. Cool. Ich ruf dich an. Bis später. Diese Frau ist der Zeit voraus. Dinge passieren, wenn sie dabei ist, weißt du? Jedenfalls, solltest du dich unbedingt in der Ventura-Base-Szene versuchen. Yeah. Ich ruf dich an. Bring dich mit der Szene zusammen.